das vorwort kommt diesmal von laura palmer es gibt eine menge dinge die die leute nicht wissen so ist es auch bei mir manchmal ist sogar viel weniger als die hälfte bekannt manchmal auch mehr es sind viele dinge passiert viele dinge auf einmal wie ein zirkus mit dunklen gestalten in der nacht mit flackernden lichtern und ich kannte ich kannte einen mann namens ob und als er mich besuchte wusste ich dass mein leben vorbei war und dann gab es eine zeit in der ich weinte denn ich sah was es war und es war so schön ich war wach herzlich willkommen zu kaffee und kirschkuchen der podcast für alle leute die gerade den schimpfix film gesehen haben und jetzt überhaupt nicht mehr wissen was mit dem leben anfangen julia hallo hallo ich würde gern die letzten drei stunden zurückdrehen und diesen film nie gesehen haben ja so gut fand ich den ja so gut fand ich den ich hätte bei der hälfte ja am liebsten geschrien ich möchte nicht mehr ja ich glaube so geht es vielen und so ging es mir auch als ich den das erste mal gesehen habe findest du den inzwischen gut ja also ich habe den gerade zum zweiten mal gesehen in meinem leben ja an die ganzen anderen also die die ersten beiden stoffeln habe ich jetzt ja gerade schon zum dritten mal gesehen ja aber das bedeutet ich habe beim zweiten mal gucken den weggelassen weil ich den so scheiße fand okay gut das beruhigt mich ein bisschen ja aber jetzt wo ich ihn gerade noch mal gesehen habe finde ich ihn richtig geil scheiße aber ich wusste dass du den oder ich wusste es nicht aber ich dachte mir dass du den halt genauso wie ich und wie auch viele andere den scheiße finden wirst darum ist es okay du darfst ruhig den ganzen film die ganzen podcast folge jetzt darüber reden wie scheiße der ist da komme ich mit klar ich habe ebenso auf imdb und amazon geguckt was das so ein rating hat das ist ja gar nicht scheiße das rating nicht nee also das liegt vielleicht daran du wirst ihn ja vielleicht eines tages noch mal sehen und ihn dann vielleicht auch besser finden ich werde den auf gar keinen fall noch mal sehen okay das kann ich dir jetzt schon versprechen das wird nie wieder passieren dass ich mir diesen film angucke also zum einen wird der besser wenn man ihn noch mal guckt was die sogar oft im making of sagen also ich habe auch wieder schon vorher das making of geguckt und da sagen die die macher selber der film ist richtig scheiße wenn man den zum ersten mal guckt und wird besser umso öfter man ihn guckt und vor allem ist er aber besser wenn man die dritte staffel gesehen hat denn ganz viele sachen die man jetzt überhaupt nicht versteht sind wichtig für den für die dritte staffel darum war es noch ein bisschen blöd dass ich den damals nicht geguckt habe weil ich habe viele sachen aus der dritten staffel nicht verstanden weil ich es nicht mehr wusste wie das in dem film war aber und schon mal für alle die jetzt angst haben die dritte staffel zu gucken die ist nicht so wie der film also die wird toll ich habe auch überhaupt keine angst vor der staffel kann ja sein dass die leute so twin peaks gucken und dann wird die zweite staffel irgendwie zwischendurch ein bisschen scheiße dann gucken die den film und denken so what the fuck ist das für eine scheiße ich höre auf das zu gucken dann sage ich euch hiermit nein tut es nicht es wäre ein fehler ja ja sag doch erst mal was fandst du denn so scheiße also jetzt so allgemein erst mal alter nee also ich kann ja sagen das war ja ein halber porno das war ja nichts anderes die letzte hälfte echt nur weil die da nackt sind ja aber lange und extrem ja also ich habe den film damals mit meinen eltern geguckt das war ein bisschen unangenehm ja glaube ich ja also also der film hat auf jeden fall einige probleme ich finde ein grundproblem von dem film ist dass es einfach die vorgeschichte ist und ich finde das schon alleine ein bisschen blöd weil vorher war halt der witz sozusagen dass laura palmer irgendwie die hauptperson ist aber von anfang an tot ist und nicht vorkommt und so halt das mysterium war und jetzt finde ich wurde das so ein bisschen entmystifiziert ja und dazu kommt ja auch noch dass ich meine filmpeaks da dass das beste an filmpeaks war immer cooper finde ich ja und man hat so hat gefehlt genau aber es macht ja auch es hätte auch keinen sinn gemacht wenn er in der vorgeschichte irgendwie da eine große rolle gespielt hätte ja aber dann hätten sie den film nicht so anfangen dürfen ja also der film hatte ganz viele probleme sowieso denn der kai mclachlin wollte erst gar nicht mitspielen wollte nicht mitspielen dann haben die sich gedacht okay dann erfinden wir jetzt irgendwelche neuen äh agenten und dann hat er irgendwann gesagt äh wisst ihr noch als ich gesagt habe ich will nicht mitspielen äh ich will doch mitspielen und dann mussten sie haben sie den da irgendwie so halb wieder mit reingeschrieben also ich meine man hätte den auch ganz rausnehmen können das wäre eigentlich hätte nicht so einen großen unterschied gemacht ne man hätte das alles einfach weglassen können das hätte keinen unterschied gemacht das stimmt aber für die dritte staffel halt dann wiederum doch nicht ja aber wieso klärt man dann solche details nicht in der dritten staffel ja stimmt das hätte man natürlich auch mal können wieso macht man da drüber einen zweieinhalb stunden lang film der scheiße ist ja der der plan war eigentlich dass es drei filme werden geben soll eine vorgeschichte eine nachgeschichte und ein weiß ich nicht was das ist nicht so bekannt aber da der film so krass unerfolgreich war der film wurde ausgebucht bei der premiere in bei den kann filmfestspielen ja natürlich auch also die leute haben den halt gehasst und zwar halt auch leute stell dir vor leute gucken den die twin peaks nicht kennen also für die ist das ja das schlimmste das muss ja noch vorliefer sein aber halt selbst für twin peaks fans also für die leute die die twin peaks als film wollten hat halt nicht geklappt es kommt fast keine hauptcharaktere vor aus der serie die sind also ja fast die ganzen keine ahnung harry und die ganzen sheriff leute und pete und josie und was weiß ich wenn es da alles gibt und dann ist halt auch noch der ganze humor fehlt was übrigens daran liegt dass mark frost gar nicht mitgemacht hat also das passiert wenn david lynch was alleine macht aber mark frost stand doch am anfang drin ja der stand als exekutive producer ja aber drehbuch hat david lynch mit jemand anderem zusammengeschrieben der auch davor auch bei twin peaks dabei war aber ja mark frost hat da nicht so viel mit zu tun ich finde da sieht man gut wie die beiden sozusagen die serie machen also die natürlich die verstörenden szene und so kommt von david lynch und dann kommen anscheinend eher die lustigeren von mark frost oder so i don't know ja aber also ich war gerade selber sehr überrascht von mir dass ich den so gut fand also ich fand den sogar richtig gut gerade ja das überrascht mich auch ein bisschen also und zwar jetzt nicht weil ich die dritte staffel schon kenne so viel unterschied macht das jetzt auch nicht aber ich finde es ist halt sozusagen die ernste seite von von twin peaks irgendwie also die er ist ja auch ultra also ich finde ihn auch voll schlimm oder fandst du das nicht ne echt nicht ich fand den ab und zu echt gruselig ja genau aber schlimm fand ich den schlimm fand ich dass ich mir den angucken musste ich fand also gruselig fand ich den auch so schnurig aber ich fand schlimm halt diese ganzen diese missbrauchsszenen mit wilin und so fand ich schon schlimm ne das weiß nicht das hat das ganze mysterium da drum fand ich viel interessanter als das einmal zu sehen ja das das kann ich verstehen und mit der szene wo sie im bett ist und er durchs fenster kommt das wäre eventuell auch noch schlimmer gewesen wenn sie sich nicht halb ausgezogen hätte und bereit gemacht hätte das fand ich jetzt also nicht so schlimm ne ne natürlich nicht ja vor allem ich frage mich auch wie das ist damals so die Leute die damals twin peaks geguckt haben war ja dann so in den ersten beiden Staffeln bestimmt auch Laura für die Leute so voll das Sexsymbol und dann sehen sie sie endlich nackt ja hat wohl nicht gereicht ne ja ähm also fangen wir mal kurz vorne an ne warte warte ich will vorher noch Sachen loswerden dann möchte ich die ganze Zeit äh noch ein paar Trivia Sachen wie zum Beispiel dass manche Leute also ähm genau der Film ging ursprünglich vier Stunden holy fuck also ganz viele Charaktere die nicht vorkommen wären eigentlich vorgekommen also zum Beispiel Hawk und Josie und äh Pete und ich weiß nicht ganz ganz viele Charaktere sind eigentlich vorgekommen die haben sie dann einfach am Ende komplett rausgeschnitten weil er sonst zu lang wäre aber es gab ein paar die von Anfang an gar nicht mitgespielt haben wie zum Beispiel die Sherilyn Fenn die Schauspielerin von Audrey die wollte nicht weil sie die zweite Staffel so scheiße fand ja ähm und halt genau Donner hat natürlich nicht mitgespielt wie man vielleicht mitgekriegt hat die Schauspieler ja da weiß man aber nicht warum aber ich glaube halt einfach das ist halt einfach eine Bitch ja äh ja das wollte ich noch kurz sagen das hat jetzt bestimmt äh viel mitgebracht achso ich möchte noch Biestgewitter grüßen hallo jetzt ist nämlich gerade der Zeitpunkt wo wir den Kommentar gelesen haben und ähm Julia bitte hör auf so laut zu lachen okay ja in diesem Podcast wird es bestimmt nicht passieren weil hier gibt es nichts zu lachen ich hoffe ihr schlaft gut träumt was schönes nach diesem Film vor allem äh Alter nein du darfst ganz viel lachen aber in dieser Folge wird das eh nichts nee das wird nichts ich bin echt verzweifelt äh wie machen wir das denn wir haben eigentlich gesagt wir äh vergeben äh damit wir unserer Tradition nachkommen für diesen Film äh drei blaue Rosen für die besten Szenen ja du kannst ja auch kannst ja drei blaue Rosen für die schlechtesten Szenen ausgeben wenn du willst geht nicht reichen nicht drei ja dann musst du dich für die drei schlechtesten entscheiden nee es geht nicht oder findest du drei gute äh ich hab zwei gute okay vielleicht findest du den dritten noch on the run ähm hast du drei gute zehn zehn ja ich hätte sogar fünf aber ich musste mich entscheiden ach du Scheiße ach Nikolai das ist keine Kunst das ist furchtbar nein das ist mir gerade das geile nee das hab ich zwischendurch immer wieder gedacht das ist einfach Kunst nee ist es nicht ich weiß nicht wenn man Bo Burnham Inside guckt das ist Kunst nee das hier war einfach Zeitverschwendung ich hab mich am Anfang so gefreut ich hab mich so gefreut ich hab am Anfang gedacht als Chad kam und Sam dass das einfach dass die dem Aspekt von dass man so am Anfang in der ersten Staffel gedacht hat dass das einfach ein Serienmörder ist der von Stadt zu Stadt zieht und ich dachte das wird als Vorgeschichte genommen weil es da andere Fälle gab ja das ist ja auch so Theresa Banks nee das willst du mich verarschen das ist fünf Minuten ach so dann verschwindet Chad und das kommt nie wieder zu Gespräch also so war das auch beim erstmal gucken für mich ich fand die also die erste ich weiß nicht was das ist halbe Stunde mit Chad und Sam fand ich voll geil ja also die finde ich auch immer noch voll geil ja und ich weiß auch noch ich fand alles was danach kommt fand ich richtig scheiße genau ja ich kann ich kann beide Perspektiven komplett nachvollziehen vollziehen gerade das ist was war die Oma die sich das Auge zugehalten hat das weiß ich auch nicht das verstehe ich das war irgendeine neugierige Nachbarin sollte das glaube ich sein was ist mit der humpelnden Frau was ist mit dem das waren einfach Bewohner da ja aber da hätte man doch das wieso hat man das nicht ausgebaut wieso muss ich Laura für anderthalb Stunden sehen wie sie sich auszieht das war halt die Vorgeschichte von Laura und das zu sagen ja aber wir kannten das doch jetzt das wurde aufgeklärt das wurde angedeutet das hätte ich nicht sehen müssen ja und das hat sich einfach scheißenlange hingezogen ja also ich hab darauf gewartet dass sie endlich verreckt aber ich hab auch festgestellt ich hasse die Schauspielerin einfach ja komischerweise ist das bei mir auch so das sind nicht mal die Rollen Madeline und Laura ich hasse die Schauspielerin einfach aber ich weiß gar nicht warum ich finde eigentlich aber nicht dass sie schlecht spielt oder doch finde ich schon okay und also wenn sie so rumschreit und lacht und weint und weiß nicht also gerade das Schreien ist ja wohl das geilste ne doch also da werden nicht jetzt alle Twin Peaks und David Lynch Fans hassen ja dann ist das halt so das ist in Ordnung also das Schreien ist das beste Schreien in der Filmgeschichte nein kann es schon gar nicht sein weil wir das in der Synchro hören ja ist trotzdem auch auf Deutsch gut obwohl ein paar Stimmen anders waren das fand ich ein bisschen scheiße ja da war ein ganzer Haufen Stimmen anders Leland hatte eine andere Stimme und ich glaube Leo hatte die Stimme von Hank ja das war richtig weird ja der wirkte richtig nett ja ja also ich habe mir Sachen aufgeschrieben ja bis Albert bis dahin und dann nicht mehr da habe ich abgeschaltet da war ich nur hier und habe alle fünf Minuten geguckt wie viel Zeit noch übrig ist also wir können ja sowieso nicht jetzt hier alles so wie sonst immer jede Szene nachvollziehen aber ich habe mir sehr viel aufgeschrieben viel zu viel was ist mit diesem scheiß tanzenden Mädchen am Anfang was soll das das war ein Geheimcode das ist so üblich beim FBI also da musst du mal Leute von der Welt kann man da nicht einfach so einen geheimen Brief schicken wo das so steht natürlich der war neben dem aber die Szene war ja wohl noch eine typische Twin Peaks Szene Jein eine völlig weirde angebliche FBI Ermittlungsmethode die weirde Frau macht Lil hieß sie dass die so rumtanzt und da komisch rumsteht ist in Ordnung aber die Erklärung dann hinterher das war da habe ich gedacht das wird ein sehr langer Abend für mich also die finde ich mag ich sehr die Szene hätte fast auch schon eine blaue Rose kriegen können aber meine Lieblingsstelle ist wenn Cole irgendwie sagt sie ist die Tochter der Schwester meiner Mutter und dann diese komische Handbewegung vom Gesicht what the fuck ist das für eine Scheiße ja da fehlt ja der Onkel das heißt der ist im Gefängnis das ist ja logisch also ich wusste das beim ersten Mal sofort ich wusste gar nicht warum der das nicht genau übrigens warum ist da einfach Kiefer Sutherland ja wieso ist der auch ein Nerd der muss in einem Tanktop sein und rumlaufen mit Knarren also ich fand beide Rollen cool also die beiden ich hätte mir auch ich würde mir wünschen ein Spin-Off von den beiden der nur so ist wie diese erste halbe Stunde von dem Film so nur mit den beiden die irgendwie so Fälle lösen fände ich gerne ja ich hätte das auch gut gefunden und übrigens Fred Desmond gespielt von Isaac äh äh hab ich den Namen vergessen ja hab ich mir das nicht aufgeschrieben äh da Chris Isaac äh ist auch Musiker so wie David Bowie der später noch vorkommt äh und sein bekanntes Lied ist Wicked Game kennst du das? and I don't wanna fall in love with you what a wicked game you play das kennt man ich kann das gar nicht singen ja es ist ein gutes Lied David Lynch war voll der Fan von dem man hat ihn einfach gefragt ob er mitspielen würde hat er gesagt yo dafür hat er einen voll guten Job gemacht ja ne finde ich auch ich hab nämlich nicht verstanden wer der Schauspieler äh wer der andere Sänger ist also ich hab David ich hab David Bowie natürlich erkannt ja und am Anfang hast du mir gesagt ja das ist er auch ein Musiker ja Chad Desmond und ich hab die ganze Zeit auf irgendeinen schlechten Schauspieler geahnt gewartet gewartet und äh ich hab nicht verstanden dass das der ist ja der war's also voll gut und wieso ist der verschwunden und wieso interessiert das nicht weiß ich nicht aber halt einfach weg der hat für den Film keinen Sinn mehr gemacht da haben sie den einfach verschwinden lassen ist ja tatsächlich die Theorie von diesem Typ der sagt dass das alles Fernsehen und so ist dass der keinen Sinn mehr ergeben hat für den Film und dann haben sie ihn verschwinden lassen ja und für für diesen Menschen ist ja auch diese es gibt ja immer wieder diese blau weißen Fernsehschneebilder zwischendurch eingeblendet das ist ja auch ein Beweis genau das ist nicht einfach nur ein Filler den die brauchen das stimmt jetzt auch nicht ähm ja genau der ganze Anfang äh was gibt's da noch ich fand schön wie sie äh zu diesem Sheriff-Büro kommen und es diesmal genauso ist wie wir am Anfang noch bei Twin Peaks gesagt haben dass wir uns so gefreut haben dass es bei Harry nicht so ist diesmal sind sie halt richtig scheiße ja das war Absicht ja das war Absicht dass die so scheiße waren konnte sie richtig hassen und ich fand toll dieser Typ dass da so ein Zeitungsausschnitt hing Kettle biegt Stahl Kabel ich konnte meine Schrift nicht lesen aber das waren auch die perfekten Gegenbilder zu den Leuten im guten Dings ja weil Kabel war Harry ja der etwas dümmliche war Andy ja stimmt und die andere war Lucy genau so doof aber die hat gelesen deswegen ist sie anders als Lucy ja dann müssen sie ja auch ja aber äh ja diese ekel eklige Nagelszene Alter war das das war eklig das war furchtbar das hast gekotzt ja hab ich auch das war aber auch vor allem dass das immer noch 20 Jahre später immer noch eklig ist das ist sehr gut das liegt aber auch einfach daran dass es so eklig ist dass wenn man einen Nagel abgezogen kann ja stimmt das hat nichts damit zu tun wie das aussieht oder so aber naja doch du kennst doch die Blutszenen von vorher ja gut das mache ich damit ja aber äh das komische Gerät mit der Lupe und sowas wie ist der da denn reingegangen dass er das abziehen konnte das war auch merkwürdig da hat er sich total hat Kiefer sich ein bisschen verdreht das hat nicht so hingepasst das war der erste Filmfehler wow ähm das da wieder Trivia-Effekt das äh Make-up von der toten Theresa Banks hat David Lynch selbst gemacht ja sieht man weil er meinte äh der der echte Typ der Make-up-Mensch hat das nicht äh hingekriegt wie er das wollte er hat das einfach ja das hat beides nicht geholfen wenn sie sich noch weiter bewegt das hat sich habe ich nicht gesehen doch du musst mal darauf achten wenn Kiefer ihre ich liebe dass der Kiefer heißt wenn Kiefer ihren Kiefer äh untersucht ja wenn er sie so am Kopf nimmt und bewegt bewegen sich ihre Augen die ganze Zeit und die hat auch keine glasigen Augen oder sowas was Tote haben ja die war halt nicht wirklich tot die hat das geschauspielert ja aber hat das ganz schlecht gemacht also ich fand das Bild sehr äh sehr gut ähm wenn so nah ihr Mund und das Gesicht so gezeigt wird fand ich sehr eklig äh so siebenmäßig ich sehe ne doch na gut kannst du welche Sache kannst du hier nicht schlecht machen doch ist immer noch ein David Lynch Film nein guck dir das bitte genau an und dann guck dir sieben an äh ich finde das ist trotzdem ein sehr sehr gute Bilder und ähm äh ja wir werden hier nicht als Freunde rausgehen ja das merke ich schon ähm die Schauspielerin von Theresa Banks äh war übrigens ähm nicht richtig tot mit der Schauspielerin von äh äh Laura befreundet seitdem sie 18 sind darum spielt sie da wahrscheinlich mit und die Schauspielerin lebt nicht mehr die ist irgendwie aus unbekannten Gründen gestorben oh das ist ja scheiße wurde nicht bekannt gegeben wie so oh ja Rest in Peace ich hau ja paar Trisier Perfekts einfach mal so raus ich hab diesmal sehr viele ist ja auch gut ähm dann sind die im Haps in dem äh diesem Diner mhm wo nicht so viel Besonderes passiert ne außer dass Kiefer sich einen Kaffee auf über sich selbst schüttet ja und Irene total merkwürdig und unheimlich ist und dieser Typ im Hintergrund zweimal fragt ob sie über über Laura reden ja das war das Gegenstück zu Pete mit Josie daneben ja stimmt sowieso das ganze Diner war ja auch wieder äh Gegenstück zum anderem Diner logischerweise äh im Making of haben die gesagt dass David Lynch äh diesem Typen der im Hinter der da was sagt der sollte eigentlich nichts sagen aber David Lynch wusste wenn wenn man Leuten ja Text gibt dann werden die ja besser bezahlt und er fand ihn so nett und wollte dass er besser bezahlt wird nur darum sagt er noch einen Satz oh wie schön es ist einfach so David Lynch random bisschen ja aber es hilft einfach dem Film nicht äh kannst du mir da jetzt auch nicht nur alles aus Prinzip scheiße finden ich dachte den Anfang fandst du auch gut ja den Anfang fand ich auch gut aber der Trivia Fakt dass er dem nur was zu sagen gegeben hat damit er besser bezahlt wird zeugt nicht von einem super Film Filmmacher es folgt halt von einem Filmmacher der sich von seiner Inspiration leiten lässt ich habe noch mehr solche Storys das wird noch besser ja ist ja gut es tut mir auch leid dass ich so negativ bin aber ich fand es halt scheiße ich finde halt gerade so was so ein Filmemacher wäre ich auch gerne darum liebe ich auch Lost in Translation und so wo alles improvisiert ist ja das ist ja auch in Ordnung aber meistens führen diese Improvisationen dann zu irgendwas nö aber bei Twin Peaks fühlt ja eh selten irgendwas zu irgendwas ja das stimmt auch wieder ja und zu guter Letzt sind sie dann auf diesem Wohnwagen wo ich auch die Atmosphäre sehr cool fand ja die Atmosphäre war cool auch die Kamerafahrt dann auf den Wohnwagen wo die Oma kam ja stimmt das war sehr unheimlich und ich liebe Harry Dean Stanton der Schauspieler von dem Leiter da des Parks ja weiß nicht ob du den kennst nö der war aber gut ja der ist auch ein richtig cooler Schauspieler lebt inzwischen auch nicht mehr aber einfach nur weil er alt war ich kann jedem den Film Lucky empfehlen mit ihm das ist einfach ein richtig richtig guter Film wo er einfach nur einen alten Mann spielt der Film hat keine richtige Handlung es geht einfach nur um ihn und er ist alt nice und David Lynch spielt mit aber er ist nicht von David Lynch es ist kein David Lynch aber wieso spielt David Lynch denn mit weil die anscheinend irgendwie befreundet sind I don't know er schreit da auch nicht so wie hier ja ja was gab es denn in diesem Park noch ich habe mir hier noch eine große 6 aufgeschrieben wegen diesem komischen Mast der dauernd gezeigt wird mit so einer 6 drauf echt ich habe gedacht die anderen Zahlen wären wichtig aber naja ich glaube keine Zahl davon ist wichtig nee habe ich auch getan ist dir dann auch irgendwann aufgefallen ich habe gedacht schreibst du die jetzt auf nee ähm ring 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 habe ich mir noch aufgeschrieben ja lustig fand genau achso ich kann doch Schuhcreme von Scheiß unterscheiden hat der Typ gesagt ja und diese Frau die du meintest die humpelt und die sagt wo ist mein heißes Wasser warum fandst du die so wichtig also das war doch für mich einfach das war halt einfach eine Frau die da auch wohnt und nervt und er sagt ja auch danach sehen sie ich werde hier jeden Tag genervt ja ich weiß nicht aber das ist so Charakter einführen eben für zwei Sätze und dann einfach fallen lassen nee der Grund war David Lynch ist im Auto gefahren hat die angefahren nein er fuhr Auto und neben ihm saß sein Regieassistent und nee genau der Regieassistent ist Auto gefahren plötzlich sagt David Lynch halt an halt sofort an der Regieassistent hält an und David Lynch sagt siehst du die Frau da ja geh zu ihr und frag ob du ihre Nummer kriegst dann ist der Typ zu ihr gegangen hat die Nummer geholt und hat sie ihm David Lynch gegeben und dann haben sie irgendwann diese Szene gedreht und David Lynch sagt zu dem Regieassistenten ey weißt du noch die Frau als wir Auto gefahren sind da ist sie sie spielt jetzt in dieser Szene mit ja das ist die true story vom making of ja ja supi ja und zu guter Letzt verschwindet dann Chad Desmond völlig random auch in so einem komischen Standbild ja blöd ja sehr blöd und dann sind wir im FBI Hauptquartier oder so genau das ist irgendwie so wie so eine Art ich finde der Film ist wie so drei Teile der erste Teil ist diese Chad und Sam Part ah übrigens apropos Sam ja das ist ja Kiefer ja Kiefer der wird sogar in der allerersten Folge erwähnt da sagt äh Cooper ruft irgendwie beim FBI an und sagt dass er Orbert herkommen soll aber schicken sie nicht Sam der hat es nicht drauf oder irgendwie sowas ja das kann gut sein wahrscheinlich mag er den nicht ne macht ja auch Sinn der hat ja auch Chad verloren ja stimmt nicht gut auf den aufgepasst ne ja und dann kommt der zweite Teil der sehr weirde Teil der sehr kurz ist ja der einzige Cooper Part ja Cooper hat auch also der Schauspieler hat fünf Tage gedreht für den Film echt so lange hat das gedauert naja beim Film dauert ja alles 100 Jahre also da ist meine erste blaue Rose ja für mich auch für David Bowie naja die Szene wo Cooper rein und raus läuft und dann vor der Kamera steht die ist auch echt gut oder finde ich echt gut ja fand ich auch echt gut ich finde ich finde es einfach so witzig diese ganze Szene also für mich ist das diese ganze komplette David Bowie Szene ist für mich die blaue Rose ja für mich auch das macht aber so gar keinen Sinn aber tatsächlich ist das eine der Szenen die Sinn macht wenn du die dritte Staffel gesehen hast ja das ist schön aber natürlich ist es natürlich ey Alter ich diesen Film ey ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen jetzt aufs Allgemeine ich hab diese Serie mit meinem Bruder geguckt dann haben irgendwann meine Eltern angefangen das auch zu gucken und dann waren wir am Ende gleichzeitig fertig und dann haben wir gesagt geil dann können wir jetzt ja alle zusammen den Film gucken genau dann haben wir den geguckt und wir sind komplett er fängt noch gut an dann kommt eine Szene in der plötzlich David Bowie aus dem Fahrstuhl rennt und nach ein paar Sekunden wieder weg ist was komplett nichts mehr mit dem Rest des Films zu tun hat und dann sehen wir uns die ganze Zeit an wie Laura Palmer nackt ist ja mein Vater ist dabei glaube ich eingeschlafen ja ich hab auch zu Gänzen gehabt oh wir haben den alle so gehasst übrigens gibt's auch ein Review Tower auf Review and Tower Games von Johannes Brot und mir über Twin Peaks und den Film und da reden wir auch darüber wie wir den Film noch hassen also da kannst du nochmal mein damaliges Ich sehen wie ich den damals noch gehasst hab okay gut und Johannes Brot hat dem Film auf Letterboxd sogar nur einen halben Stern von 5 gegeben ja wie viel würdest du dem jetzt geben also damals hab ich ihm glaube ich anderthalb oder so gegeben und jetzt würde ich ihm 4 geben puh also vor allem am Ende war ich sehr begeistert aber egal zurück zu dieser Szene darum finde ich es eigentlich witzig wenn man nicht weiß dass David Bowie da mitspielt weil das so völlig random ein David Bowie da so drin vorkommt dazu kann man aber auch um die Szene vielleicht schon jetzt ein bisschen zu klarer zu machen denn eigentlich ist David Bowies Rolle auch länger in dem Film die wurde auch rausgeschnitten man sieht eigentlich vorher wie er in einem Hotel ist in irgendeinem ich weiß nicht südamerikanischen oder mexikanischen Stadt Hotel oder so geht er rein und will sich mit will eine Judy treffen dann kommt plötzlich die Szene wo er aus dem Fahrstuhl kommt und in der in diesem Ding ist darum ist er auch so verwirrt und weiß überhaupt nicht was los ist dann liegt er ja da am Ende auf dem Schreibtisch und guckt auf dem auf dem Kalender und sagt irgendwie sagt irgendwie das Datum was er da liest und ist voll verwirrt weil die anderen sagen ja auch erst zwei Jahre lang verschwunden gewesen ja und also und dann nach dieser Szene ist wieder ein Schnitt zurück zum Hotel und plötzlich kommt eine eine komische Explosion in der plötzlich David Bowie wieder auftaucht und alle Hotel Mitarbeiter haben Angst und sagen wo waren sie und dann hat kackt der eine sich in die Hose what und David Bowie schreit ganz laut wo hast du das denn gesehen das habe ich eben gerade noch vorher bei den rausgeschnittenen Szenen gesehen und die Szene habe ich mir auch vorher noch mal also hatte ich mir auch damals noch mal angeguckt weil ich die so lustig fand ich schicke dir die noch mal ich verlinke die auch mal in der Beschreibung yay die ist aber gut weil da wird auch noch der Unterschied ist dass diese ganze Szene in der David Bowie mit den anderen redet komplett gezeigt wird und dieser zwischendurch sieht man ja diese merkwieder komische Traumszene mit tanzenden Maskenleuten und dem Zwerg und so und das wird einzeln gezeigt und nicht so ineinander also da checkt man viel besser dieses Gespräch Alter aber der fucking Affe hat mich ja ja der Affe war ja das Schlimmste überhaupt ja der Affe war übrigens so David Lynch ging so am Set entlang mit seinem Regieassistenten und plötzlich bleibt er stehen und plötzlich bleibt er stehen und sagt wir brauchen einen Affen und der Regieassistent hat gesagt wie, wie, was, wie Affen besorg mir einen Affen und das waren alle Informationen die er hatte und dann musste er irgendwie einen Affen besuchen ich liebe David Lynch einfach ja, ich weiß nicht wenn du das erzählst ich finde das einfach nicht gut doch, ich finde das sehr gut also ich verstehe wieso du das so gut findest weil dein ganzes Wesen genauso fucking dumm ist wie das von David Lynch Entschuldigung wow, das war nicht so gemeint ich will gerne David Lynch aber ich weiß nicht das geht so gegen meinen Ordnungszwang ja, ich bin ich stehe halt für Chaos aber ich verstehe auch nicht wie man David Bowie haben kann ähm das rausschneiden und kürzer schneiden kann ja stimmt aber dafür diese alte Oma von die er auf der Straße gesehen hat die dann zweimal die Szene nicht länger gemacht doch hat sie nein, aber verstehst du was ich meine? ja ja doch ich hätte vor allem hätte man die Szene dann ein bisschen besser verstanden zumindest ja vor allem ist ja dadurch weiß man jetzt anscheinend verschwinden mal Leute ne also Chad Desmond ist weg anscheinend war David Bowie ja da irgendwie ein Agent Philip Jeffries heißt der übrigens ja ja Philip hab ich mir gemerkt der zwei Jahre weg war plötzlich wieder auftaucht und plötzlich wieder weg ist also das macht zwar immer noch keinen Sinn aber ich finde dieses ne, er passt ja aber zu dem Major der verschwindet ja das stimmt also das macht schon Sinn dass die verschwinden aber ich hätte halt gern gewusst ob das bei Chat ein Verschwinden ist so wie vom Major oder von äh Philip ja oder einfach dass da irgendwer auf dem äh im Trailer Park den jetzt umgebracht hat oder so ja ich hab's jetzt eher so interpretiert dass er weg ist weil das so komisch geschnitten wurde am Ende aber ja eigentlich hast du recht man weiß eigentlich nix nö und das ist halt das Problem die haben da eine Story angefangen eine Vorgeschichte nicht zu Laura oder Twin Peaks sondern zu dem Mörder ja und man sieht dann ja auch später Leland mit Theresa äh Bangs und so ja aber wieso hat man dann die scheiß Story nicht verfolgt das wäre so viel geiler gewesen wenn das eine Mystery äh Geschichte um das gewesen wäre und dann sieht man eine Rückblende wie Leland bei Theresa ist und dann denkst du so ach scheiße der war da auch schon no und nicht äh wir zeigen euch Theresa für eine halbe Stunde dann gucken wir mal ein bisschen bei Kuba rein und dann gehen wir Laura die ganze Zeit auf den Arsch aber dann zeigen wir fünf Sekunden hinterher mal eben dass Leland bei Theresa war ja das ist halt alles nicht normal ne das ist alles nicht normal ähm ich fand auch ich weiß auch noch dass ich damals äh also jetzt finde ich halt diesen diesen ganze diesen Traum oder es war ja kein Traum genau David Bowie sagt ja auch er hat ein ein Treffen er war bei einem Treffen dabei über einem äh Lebensmittelladen damit meint er ja diesen Berg und so und das mit dem Lebensmittelladen wurde ja auch gesagt dass die da irgendwie wohnen ja äh aber ich weiß noch dass ich fand halt diesmal die Träume die haben ja diesmal noch weniger Sinn gemacht als in den in den in der Serie weißt du was ich meine ja also die keine Ahnung da springen irgendwelche komischen da Leute rum und 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 er sagt Electricity und ich weiß nicht mehr was die da alles sagen ich hab auch überhaupt nicht verstanden was rückwärts rück ja rückwärts gesagt wurde er sagt irgendwie this is a formica table was ist formica ich das wollte ich mal googeln jetzt hab ich mir extra aufgeschrieben wenn ich das nicht checke und streichel diesen Tisch und so also das checke ich alles nicht ach formica sind Ameisen ach ne ein laminiertes Verbundmaterial okay also es ist einfach ein Tisch ja also trotzdem ich find die Szene aber trotzdem geil halt weil sie so weird ist ich hab die Szene wo Cooper im in den Flur geht und dann wieder zurück geht und wieder hingeht und als er dann wieder zum Bildschirm geht aber er steht da noch und dann kommt David Bowie von hinten das ist mega geil das ist auch richtig gut ich find auch die ganzen Träume ganz gut also auch wenn die unverständlich sind und alles aber das ist das das was das interessant macht auch in Twin Peaks aber es hat halt einfach kaputt gemacht dass man Laura 200 mal gesehen hat ja du sagst gerade genau das was ich damals auch wenn du jetzt das Video guckst wo wir über den Film reden werde ich genau das sagen ich verstehe es auch voll aber ich glaube ja dann sag mir doch nicht dass ich nicht alles scheiße finden soll nee es gibt ja auch trotzdem noch gute Sachen in dem Film ja das sag ich ja die findest du jetzt halt auch scheiße weil du weil du jetzt voll genervt von dem Film bist warum verstehe ich das alles du darfst ruhig alles scheiße finden ja gut ich werde auch immer wieder dann was dagegen sagen ja wie immer ich glaube der Unterschied ist wenn man das nochmal guckt dass man das halt weiß darum habe ich ja auch versucht dich irgendwie auf den Film vorzubereiten aber ich wollte dich auch nicht spoilen nee hast du aber nicht du hast mich ganz schlecht darauf vorbereitet ja ich weiß aber das geht einfach nicht was hätte ich denn sagen sollen du hättest mir sagen sollen ich fand den übrigens total scheiße ja dann hätte ich dich ja beeinflusst nee hättest du ja nicht aber dann wäre ich darauf vorbereitet gewesen ja oder du hättest sagen müssen das wird nicht wie die Serie das wird nicht gut weil die Serie habe ich gesagt genau das habe ich gesagt weil die Serie ich habe auch viel über die Serie zu meckern aber für mich zieht das sich alles wieder zusammen weil das irgendeinen Zusammenhang hat und irgendwo hin geführt ja und weil es in kürzeren Abständen ist weil so eine Folge kommt man schneller drüber weg als zweieinhalb Stunden ja ja der aber den Part der wird halt noch kommen wenn du wenn viele Sachen wenn man halt viele Sachen jetzt noch checkt später in der dritten Staffel aber es bringt halt nichts daran dass es in dem Film scheiße ist wenn man es nicht checkt ja aber darum finde ich den jetzt halt besser und weil ich halt diesmal drauf vorbereitet war und wusste es geht die ganze Zeit nur um Laura habe ich es jetzt eher mal ich habe es eher so vom künstlerischen Aspekt mir angeguckt also hast du mehr auf die Titten geachtet genau besser weil ich nicht mit meinen Eltern in einem Raum saß und keine Freundin zu Hause ja deswegen war es in der Zwischenzeit ich bin gerade total untervögelt darum fand ich sie gut nein aber ich habe es diesmal auch voll halt worum es halt ich muss sie auch noch ein Meme schicken wie immer was das ganz gut eigentlich ausdrückt drückt es geht ja eigentlich insgesamt gesehen in dem Film um eine ein Mädchen die von ihrem Vater vergewaltigt wird ja und das ist halt finde ich sehr gut umgesetzt es ja es ist voll schwer irgendwie zu sagen weil wenn das ein einzelner Film wäre der nichts mit Filmpix zu tun hätte wäre es vielleicht besser nee weil dann hätte niemand diese Erwartung und dann und wenn das angekündigt werden würde als als verstörendes Drama über über Vergewaltigung das würde zwar niemand gucken nee aber das hat doch also ich habe da jetzt Laura nie in einer Opferrolle gesehen nicht? nö nicht schon ja also es ging halt um eine Mädel die von ihrem Vater vergewaltigt werden erst nicht mal merkt dass es ihr Vater ist und deswegen in Drogen nimmt und als Prostituierte arbeitet und irgendwie komplett verkackt und dann am Ende von ihrem Vater umgebracht wird ich finde es schon ein Opfer volles Opfer und es haben sich auch also die einzigen positiven Stimmen zu diesem Film waren Leute die Erfahrung mit sowas gemacht haben und sich bei David Lynch bedankt haben dass er das Thema so gut irgendwie umgesetzt hat und in Japan war der Film sehr erfolgreich ja das versteht man ja gut aber kommen wir mal wieder zurück wo waren wir denn achso bei diesem ich sage immer Traum obwohl das ja eigentlich kein Traum ist aber bei dieser komischen Lebensmittelladenszene ist ja auch noch im Hintergrund diese die werden hier immer als Woodsman bezeichnet also was ist das denn Waldmänner nee so ne Lebensmittel was Lebensmittelladen der da wo der Zwerg und wo die am Tisch sitzen und so ich bin immer noch bei Philip Jeffreys treffen achso was heißt denn Woodsman auf Deutsch ich bin grad zu blöd äh Förster echt ja stimmt Holzfäller Holzfäller genau Holzfäller da sind auch so Holzfäller mit im Raum hast du die gesehen äh eigentlich wäre Holzfäller Lumberjacks also ich hab hier Woodsman wurde mir übersetzt als Holzfäller na denn gibt bestimmt mehrere Sachen äh kannst du dich an den noch entsinnen ähm ne waren die auch im Hotel ne das Hotel wurde ja gar nicht gezeigt äh du meinst diesen Lebensmittelladen meine ich ich kann mich auch keinen Lebensmittelladen ja der wurde auch nicht der hat nur Philip Jeffreys hat gesagt dass er an einem Treffen im Lebensmittelladen teilgenommen hat und das ist das was dazwischendurch immer gezeigt wurde als weißt du noch nein da haben wir doch eben gerade die ganze Zeit drüber geredet wo er den Tisch streichelt und so und der Affe ist da war ein Lebensmittelladen ja das hat er nur gesagt das wohl man weiß nicht dass das ein Lebensmittelladen ist aber das sieht doch nicht mal so aus oder es ist über einem Lebensmittelladen das wurde doch auch in der ersten Staffel schon gesagt ja ja ich weiß das weiß ich dass das über das ist dieser Raum zumindest aber der Raum war doch einfach wieder mit roten Vorhängen nein in der Szene nicht ich will doch nur über diesen scheiß Holzfäller reden ja was ist mit dem Holzfäller das ist ein ganz bekannter deutscher Schauspieler Jürgen Prochnow ja ich hab den Namen gesehen ich skipp da jetzt wieder hin ja ich will dir die ganze Zeit ein Bild schicken aber ich finde das hier gerade nicht hast du es schon gefunden ja da ist Mais gekochter Mais ach ja Mais ist da auch noch der streichelt den Tisch und dann ist da Schnee dann ist da die Omi der Enkel und dann dieses komische Teil mit der Maske und der schwarzbärtige Mann muss auch noch irgendwo kommen es sind sogar zwei glaube ich aber der mit der langen Nase ach ja genau der war auch scheißen unheimlich ja stimmt und da ist ein Holzfäller ja irgendwo muss da noch so ein Mann mit einem schwarzen Bart sein ach so der lange schwarze Bart und der roten Mütze genau ja und da soll man wissen dass das ein Holzfäller ist das wird halt im Abspann so gesagt mir geht es ja auch nur darum dass das voll der Bekannte und dann wechselt das zu roten Vorhang und dann sitzt der Enkel da mit der scheiß Maske und dann zieht er das ab und dann ist er wie ein Affe das ist scheiß so unheimlich und das Witzige ist das alles ergibt auch wirklich noch Sinn das ist echt crazy kann man gar nicht glauben kann man auch gar nicht glauben aber warum warum ist da im Hintergrund ein bekannter der international bekannt ist der spielt im Da Vinci Code und so mit was ist das das Boot und so warum sitzt der da einfach im Hintergrund rum weil er gerade da war was ist das denn man David Lynch hat eine alte Omi angesprochen und nach der Nummer gefragt und hinterfragt das so einen Scheiß stopp sein Regieassistent war das so okay kommen wir weg von dieser Szene Cooper geht nämlich nochmal zurück zu dem Laden da und erfährt dass der Wohnwagen zu den Chelfons gehört was diese Oma mit dem Enkel ist genau die aber ja gar nicht Chelfon heißen oder so ne ich bin durcheinander weil Donna geht ja irgendwann dahin und dann ist ja plötzlich jemand anders die heißt nämlich Tremend Tremend hier sagt dieser Typ auch dass die davor auch schon Chelfon hießen und ja keine Ahnung der Enkel übrigens diesmal nicht mehr gespielt von David Lynch Sohn was daran liegt dass der wahrscheinlich zu alt war inzwischen weswegen der auch die ganze Zeit eine fucking Maske über im Gesicht hatte das ist wahrscheinlich wirklich so und dann skippen wir zu einem Jahr später und dann fängt die Horror aber vorher steht noch Let's Rock auf dem Auto fand ich super ja lasst uns rocken war mein Untertitel wirklich ja warum hier nicht geil okay ja die Horrorshow dann sind die Straßen anders die Häuser anders Donner ist anders ja die Räume auch komplett anders ja und da kommen wir jetzt wieder mal zu einer riesigen Theorie von Fans von Film Peaks die sagen das ist sogar die bekannteste Film Peaks Theorie dass alles was nicht im Film ist ist ein Traum von Laura nur der Film ist wirklich passiert und danach hat Laura alles geträumt was man in den anderen drei Staffeln sieht und der Beweis ist dass ihre dass die ganzen Räume ja auch anders aussehen in dem Film weil sie eigentlich so aussieht und im Traum sieht ja alles immer anders aus und äh und die meinen halt es macht ja keinen Sinn dass das alles anders aussieht weil der Film wurde kurz nach der Serie gedreht das heißt man hätte die Sets noch benutzen können und selbst wenn man die Sets nicht benutzen kann könnte man ja die Räume wenigstens ungefähr ähnlich nachbauen aber vor allem Laura's Raum sieht einfach komplett anders aus ja ich halte trotzdem nichts von dieser Theorie weil die Theorie dass alles nur ein Traum ist ist ja wohl immer ultra lame und außerdem aber wie soll das denn alles hinterher ein Traum sein wenn sie tot ist ja verstehe ich auch nicht die haben da ganz viele Beweise für vor allem wieder in der dritten Staffel gibt es da ganz viel und Philip Jeffries sagt ja auch we live inside a dream und so I don't know es könnte sein aber weil es gibt einen Film von David Lynch bei dem das wirklich so ist bei dem die Auflösung am Ende ist dass das alles nur ein Traum war von jemandem und aber das ist glaube ich einfach nicht ich glaube so funktioniert Filmpix nicht dass du am Ende dir irgendwas so darüber ausdenken kannst und so wenn du die eine Sache weißt dann verstehst du alles man versteht einfach nicht alles so ist Filmpix ich hätte das ja komplett anders gesagt was dass alles was jetzt der Film ist ist ein Traum und alles was man in der Serie sieht ist die echte Welt ja ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt warum das so rum ist die haben da bestimmt gute Gründe für ne aber weil äh Laura am Ende doch sagt sie ist jetzt wach wenn sie tot ist das habe ich doch nur gesagt oder nee da ist auch irgendwas mit als sie den Engel ach Gott dieser scheiß Engel ach der der war gut der hat mir der hat mich gerettet dazu kommen wir noch äh ja okay Donna ich finde eine Sache gut aber also ich finde es scheiße dass das nicht dieselbe Schauspielerin ist ja äh aber gut da könnt ihr natürlich dann auch nichts aber ich finde die Schauspielerin besser als die andere Schauspielerin von Donna die hätte das von Anfang an sein müssen dann hätte man eventuell auch was an der Rolle gehabt ich weiß nicht ich finde ich finde ich glaube das ist nur so weil halt Donna am Ende so scheiße geworden ist aber ich finde das lag nicht in der Schauspielerin oder also ich meine in der ersten Staffel war sie doch gut mochte man sie doch ja aber ich glaube die andere hätte ein bisschen mehr Emotionen und sowas gezeigt da ist viel mehr naja das könnte sein Unterschiede auf dem Gesicht also es war auf jeden Fall insofern gut dass man sie jetzt nicht mehr die ganze Zeit so gehasst hat also wenn Donna jetzt wieder dieselbe Schauspielerin wäre sie hätte aber wieder so gespielt wie vorher wäre das trotzdem hätte man das der nicht abkaufen können weil man sie noch immer so gehasst hätte von der zweiten Staffel ja und dadurch dass sie jetzt so anders aussah konnte man viel mehr mit ihr connecten ja das stimmt ja und dann dann die ersten Szenen auf jeden Fall da diese ganzen Highschool Szenen und so die sind natürlich langweilig äh ich finde das wunderschönste Kompliment was es jetzt äh habe ich jetzt von James gelernt ist du bist kein Truthahn das werde ich jetzt ganz einfach sagen gobble 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 ja super alter da sieht man sie zum ersten Mal nackt da ist sich noch gefreut ja weil es einfach unerwartet war ja stimmt es war ja sowieso es war es war diesmal viel äh es war nackter es gab Sex es war es war ultra brutal auch ja also darum es war einfach sehr anders als die es war eigentlich fast ein Horrorfilm ja wird auch so aufgeführt bei Wikipedia es war es auch ja äh du musst sagen wenn ich irgendwie zu schnell bin jetzt habe ich hier Harold kommt ja auch nochmal vor der ganz anders irgendwie aussieht ja mit gefärbten Haaren du dachtest irgendwie erst das wäre ein anderer Schauspieler ja weil der einfach von der Seite auch komplett ja ja das stimmt auch ich wusste es nur weil der am Anfang äh bei den Actors stand ja oh und dann was war das die Szene finde ich auch scheiße so sagt sie Feuer Spiel mit mir schon mal richtig scheiße übersetzt ja genau Kontinuität also nicht mal gleichbleibend nice und dann diese wo sie plötzlich so komische schwarze Lippen hat und so was war das ja was sollte das denn sein keine Ahnung hab ich auch nicht verstanden aber das meine ich dieses Gesicht von ihr in solchen Szenen finde ich so furchtbar okay ja das ist so übertrieben falsch und ja aber ich verstehe nicht in der letzten Folge hast du noch gesagt dass das Schreien das gruseligste war in der ganzen Folge und so da hat sie doch auch geschrien ja das ist ja auch das gruseligste aber dann kann es ja nicht schlecht gespielt sein also ich finde die auch nicht immer gut gespielt das stimmt aber ich finde halt das Schreien einfach gut ja gut das darum hacke ich da so drauf rum so ja aber sonst war diese Harald Szene jetzt auch nicht besonders man hat nochmal gesehen wie sie das Tagebuch dahin gebracht hat äh dann kommt ja nochmal das fand ich sehr kacke äh nochmal cool dann kommen nochmal ja völlig sinnlose Szene wo anscheinend gezeigt wird dass er da schon wusste dass noch eine umgebracht wird weil er das und wie sie aussah genau und dass sie sexuell aktiv war das fand ich irgendwie blöd also also was ich eigentlich an dem Film gut finde du darfst mir ruhig wieder widersprechen äh es gibt ja ganz oft so Vorgeschichten äh wo so Szenen sind dann also so Filme die später kommen die aber die Vorgeschichte erzählen und wo man dann so denkt hä das macht überhaupt keinen Sinn äh diese Sache jetzt wenn er das die ganze Zeit schon gewusst hat wie kann das denn dann äh also dann wie auch warum hat er sich dann in dem Film in dem anderen Film so verhalten weißt du was ich meine ich rede ein komplettes Wirrwarr irgendwie ja und ich finde das war hier nicht außer diese Szene weil die weil irgendwie die hätte man auch komplett weglassen können hatte überhaupt nichts gebracht die hätte man rausschneiden sollen und dafür nochmal Philip Jeffries im Hotel zeigen ja man hätte das auch einfach das war so oh jetzt kommt Cooper dann nochmal zwischen aber nö da habe ich einmal kurz aufgehatmet ja fand ich auch nicht so toll äh dann wird nochmal ganz kurz Donna und Shelly stimmt die können wir nochmal ganz kurz vor wie sie ihr helfen beim Norma äh Norma ich sag das immer ich bin wirklich dumm ich weiß äh ja und sie bekommt ein Bild geschenkt das Deiner sieht total anders aus ja das gehört auch zu der Theorie und dann kommen wir aber zu meiner nächsten blauen Rose nämlich die Szene mit äh Leland und Laura und Sarah am Tisch achso nö ähm die das ist nicht meine nächste blaue Rose das ist gut dann haben wir nicht dieselben ich bin gespannt was deine noch ist äh ne meine ist vor deinem sicher ja meinst du das mit Türbild das kommt erst danach ne doch sie kriegt das erst geschenkt das meine ich aber nicht okay meinst du das sie kriegt das Bild geschenkt und dann geht sie nach Hause ja aber das kommt noch nicht oder was macht sie zu Hause guckt sie den Ventilator an und dann geht sie hoch macht die Tür auf und dann steht Bob hinterm Schrank ach das nimmt das Tagebuch und dann rennt sie raus und versteckt sich und sieht ihren Vater rauskommen die fandst du gut ja okay ja weil sie zum ersten Mal checkt dass dass er das wahrscheinlich ist ne ja genau und äh allein die wieder diese der Ventilator und die Szene und du weißt dass da wer im Zimmer ist aber du bist dir nicht hundertprozentig sicher dass da wer im Zimmer ist und dann macht sie die Tür auf und dann ist das so plötzlich dass sie schreit und dann sieht man Bob und wie der da hinter dem Schrank steht ist unheimlich und dann rennt sie raus das fand ich gut gut ja ähm ich meinte die aber irgendwie ach so das ist dann wahrscheinlich am selben Abend oder was wo er am Tisch wo sie dann zu dritt am Tisch sitzen und er irgendwie komplett ausrastet weil sie ihre Hände nicht angeblich nicht gemacht hat das ist ein ganz anderer Tag okay keine Ahnung ich check da die Zeit nicht ähm auf jeden Fall fand ich die einfach sehr ich weiß nicht ich fand das eine der schlimmsten Szenen in dem Film ja weil sie halt so echt also der Film ist halt äh ist ja komplett weird und hat noch mehr Traumsachen und ist eigentlich viel unwirklicher aber durch solche Szenen finde ich ist finde ich halt viel echter also dadurch ist finde ich so eine Missbrauchsszene irgendwie oder weißt du so ist halt ist das wahrscheinlich wirklich in der Familie wo sowas passiert und Sarah versucht irgendwie noch da so zu schlichten das fand ich darum irgendwie sehr es hat mich irgendwie mitgenommen mhm und darum kriegt es eine Blaurose ja ist in Ordnung und die zweite die dritte Blaurose kommt jetzt sogar schon mhm weil dann nämlich das mit dem Bild kommt und das fand ich einfach das war einfach ja das ist auch meine dritte dafür liebe ich das ist einfach für mich wieder David Lynch und das ist einfach Kunst und es ist creepy diese Szene wie sie also erstmal dieser Durchgang sozusagen also man sieht das Bild dann plötzlich ist man ja sozusagen in dem Bild und dann die Oma zeigt so zu der Tür und sie geht da so durch und diese ganzen ach das fand ich einfach richtig gut ja ich verstehe nicht wieso du Rose Matter nicht gut findest ich kenn das nicht doch kennst du Rose Matter ja was ist das das Bild von Stephen King achso ja da hab ich auch dran gedacht das war mir einfach zu lang gezogen das ist ja die Szene nur als tausend Seiten Buch ja darum vermochte ich das nicht aber ja und dann noch diese das Ende davon auch mit dem sie ist guckt aus dem Bild auf sich selbst und dann guckt sie auf das Bild und ach das war kann man gar nicht in Worte fassen nee das war echt gut das äh man weiß auch nicht ob sie dann irgendwas sieht oder da noch irgendwas passiert oder ob da irgendwas hinter ihr auftaucht oder ja weil sie auch wenn sie da so durchgeht ne oder wenn sie im Bett ist nee wenn sie da steht in dem Türrahmen ja und dann liegt ja auch sogar Annie noch im Bett ja das ist ja auch richtig gruselig ey nee das hab ich nicht verstanden ja sie sagt äh ja ja das ich bin mit Kuba einer Dings und schreibt das in dein Tagebuch ja das hab ich schon verstanden aber wieso die da plötzlich auftaucht und wieso sie dann plötzlich weg ist durchgeht und dann ein Zwerg ist meine Fresse ja aber was für eine Verbindung hat sie denn zu Annie oder was für eine Verbindung hat Annie zu Bob naja sie war ja auch im roten Raum ja aber Annie war nur im roten Raum weil Cooper im roten Raum ist ja aber ähm Laura ist ja war ja davor selber auch im roten Raum egal die Szene hat natürlich auch noch Sinn für die dritte Staffel na gut ähm ich möchte nur noch erwähnen dass äh der Zwerg in der Szene sagt ich bin der Arm and I sound like this uuuuuh ja was äh auch zu der blauen Rose dazugehört denn ich liebe das wieso ist ihr Arm taub das weiß ich auch nicht hat auch keinen Sinn glaube ich auf zu Theresa Banks bei Irene in dem Hubs Dinner sagt dass sie vorher ihren Arm nicht benutzen konnte ja und dann war Lauras Arm auch taub dieser Arm und ich hab gedacht uuuuh ein Zusammenhang und dann ist es von nichts kändisch ja weiß ich echt auch nicht was das mit Theresa zu tun hat aber was diese Szene anscheinend aussagen sollte was ich auch nur durch FünPix, Vicky und so weiß dass ähm hier der Einarmige also Mike sagt ja mal dass er seinen Arm abgeschnitten hat weil da das Böse dran war sozusagen der Arm war das Böse und das jetzt ist der Zwerg darum stehen die auch ganz am Ende so komisch nebeneinander und reden gleichzeitig der Zwerg ist sozusagen der Arm von von Mike macht Sinn also erst das Böse und erst der Mike ist das Gute ja mhm okay ist ja komplett logisch oder? ja und sogar dieses hat auch noch Sinn aber das kommt später im Film ähm was ist dann ich glaub dann kommt das Roadhouse oder? da kommt mal wieder die Sängerin vor juhu klär auch so gefreut ja äh Laura macht sich hübsch und geht ins Roadhouse und Donna folgt ihr und dann gibt's zehn Minuten das Roadhouse und dann gibt's ne halbe Stunde dieser scheiß anderen Raum ja für den scheiß anderen Raum hätte ich auch fast noch ne blau rosa ausgegeben ja natürlich ganz viele Titten ja unter anderem aber ich fand einfach die diese ganze Szene ist einfach wieder mal das ist einfach auch wieder Künst 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 die Musik find ich richtig geil die auch von David Lynch äh gemacht wurde geschrieben wurde nicht von Angelo Badalamenti also die Rest des Films schon aber diese diese Musik nicht äh und wie das da alles aussieht ist einfach geil und ich finde auch cool die haben das halt mit ganz lauter Musik gedreht also die Band hat da wirklich gespielt und man hat halt dann nichts mehr verstanden darum haben sie es untertitelt auf Deutsch ist es nicht mehr so richtig rübergekommen aber auf Englisch versteht man da halt überhaupt nicht was sie sagen weil das halt so die Atmosphäre von so einem richtig lauten Club äh wieder spiegeln sollte äh ja aber ein bisschen zu lang war die schon darum hab ich dann nämlich gegen eine blaue Hose entschieden bei dieser Szene mhm aber weißt du so eine Szene ist halt echt ein bisschen weird mit seinen Eltern zu gucken wie wenn Laura da unter dem Tisch geleckt wird und so ja kann ich mir vorstellen ich hab die Szene auch ultra gehasst beim ersten Mal weiß ich auch noch das war einfach unnötig das war nur damit sozusagen Donner da irgendwie mit reingezogen wird aber das hat ja dann auch eigentlich für den Rest keinen Sinn mehr nö das wird doch aber auch nie in der ersten Staffel erwähnt oder? nö sie sagt nur dass sie mal mit Laura da im Wasser war und weißt du da irgendwie mit zwei Männern da rumgemacht hat oder so ja aber kann ja so eine Story auch passiert sein kann ja nicht alles äh Harold erzählen ähm ähm ich wollte bei der Sängerin auch sagen dass ich die Band toll fand ähm ich nannte sie die coolen Männer ja die waren alle gleich aus mit Sonnenbrief das war richtig dumm ja ja dann äh äh sehen wir noch Bobby der Sand auf ne Leiche legt das war auch so ein bisschen äh das fand ich noch ne äh das kommt erst später ja aber ich hab nicht mehr so viel hier weil ich äh aber da dazwischen ist ich hab ne Zeile übersprung Entschuldigung dazwischen ist doch erst auch Mike ja genau das seh ich jetzt ja auch grad die fand ich wieder sehr gut die war wieder so ein bisschen Twin Peaks artiger ja war sie war aber trotzdem scheiße ich fand die sehr wieder mal verstörend und wie Leland so also oder wie Bob dann halt weiß dass das äh und dass er so tun muss als wäre nix und so das fand ich sehr gut und da fand ich nämlich die Erinnerung voll cool mit äh Theresa wie das immer wieder so hin und her gesprungen ist wie er einfach nur geradeaus guckt das fand ich sehr gut aber das hat keinen Sinn ergeben wieso hat er da denn an Theresa gedacht weil er da ja Laura auch gesehen hat warum weil die doch alle drei in diesem komischen Heft waren Flashworld und alle drei Prostituierte waren und dann sagt er doch zu Theresa äh nächstes Mal will ich auch zu deinen Freundinnen oder so und dann will er zu denen hin und dann sieht er dass das Laura ist und geht ganz schnell weg es geht ja glaube ich auch ein bisschen darum dass der er als Vater das schlimm findet dass sie da Sex hat und was weiß ich das wird ja auch kommt ja auch immer wieder vor in dem Film ja und was sozusagen auch so ein halber Grund ist warum er sie umbringt die Zerstörung der Unschuld äh da fand ich auch gut dass das Motoröl nochmal erwähnt wurde ja das fand ich auch gut ich fand auch gut dass Mike äh von Dosenmeiß geredet hat ja und da übrigens wenn Mike das erste Mal vorkommt mit dem Auto ankommt da hört man noch hört man nochmal weil das anscheinend das soll dann der Hinweis sein dass man checkt dass er das das ist irgendwie ein Teil von dem also ich für mich bedeutet das doch dann dass das dass Mike der Zwerg ist aber das oder sie sind irgendwie ein Ding so wie der Riese und wie äh und der Waiter weißt du noch mhm aber so richtig check ich das auch nicht ja der Zwerg steht im Abspann sogar als der Arm echt ja hab ich nicht drauf geachtet und in der Serie ja als the man from another place der wird immer anders da stand der im Abspann auch ja ja dann wird er wohl nur hier im Wiki als der Arm angegeben ähm was hab ich mir jetzt hier aufgeschrieben achso hier gibt es übrigens wirklich ein ein äh noch ein Fehler mhm der Leuten den Leuten im Reddit aufgefallen ist ich dachte schon du äh hast es zu bemängeln ja äh Mike weiß ja anscheinend dass Leland Bob ist ja stimmt das macht ja gar keinen Sinn nö macht das nicht wir haben dann versucht im Reddit da irgendeinen Sinn drin zu sehen aber haben es nicht so richtig ja ist ja das ist einfach ein Fehler ist Lora's Traum ist ja nicht echt ah ja genau das machen ja nicht alle im Reddit aber es ist halt eine große Theorie so ja genau so ja genau und dann wolltest du da noch was zu oder kommt dann Bobby nö die Motoröl die Leute bei der Werkstatt fahren sehr ach ja Mensch das dürfen sie mit dem Motor nicht machen so dürfen sie nicht fahren ja genau dann kommt nämlich diese Bobby Szene die ist wirklich ein bisschen sinnlos Bobby hat anscheinend noch jemanden umgebracht und warum sagt sie dann die ganze Zeit das war Mike weil das war ja nicht Mike und wir wissen ja auch dass Mike nicht tot ist was sollte das jetzt wollte sie ihn ärgern oder was das verstehe ich den Sinn der Szene einfach nicht Meinten sie den Spirit Mike? Den kennt sie ja nicht ne also das keine Ahnung verstehe ich nicht so richtig aber ich fand halt lustig wie er den begrebt ja indem er so Sand auf den legt fand ich auch gut da war der auch einfach high aber das macht für mich dann auch überhaupt keinen Sinn für die erste Staffel wie ja weil das nie erwähnt wird ne die haben da tatsächlich nie den Toten gefunden na anscheinend nicht und bei dem ganzen Verhör oder sowas erzählt Bobby nicht aus Versehen dass er jemanden umgebracht hat ja guck mal das ist genau jetzt so eine Sache die ich eben behauptet hab dass das nicht in dem Film wäre ja ja naja naja und dann beginnt der letzte Tag im Leben von Laura Palmer sie fährt nochmal mit James in den Wald ach alter James hasse ich ja überall ey ne ich hab was vergessen äh vorher kommt ja noch ähm dass Leland nochmal Sarah auf Drogen setzt wo er nochmal genau das genau das finde ich voll witzig dass du das damals schon gesagt hast weil ich wusste das überhaupt nicht mehr äh dann kommt nochmal das weiße Pferd ja das wusste ich auch nicht mehr fand ich auch gut äh und sie liest gerade hast du gesehen was sie gelesen hat ja how to speak German das ist nicht witzig äh genau und dann dann kommt er ja nochmal als Bob und da erkennt sie dann irgendwie endgültig dass er das ist fand ich auch fand ich sehr wieder mal eine verstörende gute Szene ja so und dann beginnt erst der Tag da sie fährt mit James im Wald und da hat er ja auch noch im äh irgendwie im in der Serie gesagt sie ist mir von der Maschine gesprungen ja das war auch richtig schlecht wie sie von der Maschine gesprungen ist ich finde auch sehr gut dass er dann gewartet hat bis es wieder rot wird bevor er losgefahren und davor fand ich äh schreit sie einmal einfach komplett sinnlos weißt du die reden dann schreit sie kurz guckt so hinter ihm und da ist einfach nichts ach ja dann trifft sie sollte das eigentlich so sein dass sie zufällig da die anderen trifft Leo und die waren hier verabredet Donnerstag sollten wir zur Hütte kommen ah ja stimmt das wurde sogar extra nochmal eingeblendet genau äh ja dann kommen jetzt sehen wir halt eigentlich alle das was uns vorher nur erzählt wurde genau da hab ich mal wieder eine Trivia-Story zu diese Szene in der Hütte dann mit den Leuten war ja sehr krass und äh intim ja die hatten doch tatsächlich Sex nein aber damit um die Schauspieler auf diese Szene vorzubereiten hat er sich mit denen in diese Hütte gesetzt und hat denen einfach Geschichten erzählt irgendeine langweilige Scheiße von seinem Haus was er gerade baut und bla 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 und welches Holz er verwendet und so und das ging stundenlang hat er denen einfach Geschichten erzählt zwischendurch sind immer die Leute vom Set gekommen und haben gesagt David wir müssen jetzt endlich mal filmen und er hat gesagt wir proben und dann um sie so ein bisschen aufeinander einzustimmen hat er ein paar langweilige Geschichten erzählt fand ich super vor allem weil die Szene ja am Ende nicht unbedingt lang ist da war das Geschichtenerzählen wahrscheinlich länger als die zu drehen ja verstehe ich nicht wie das irgendwie einspielen soll schon sie fanden sie waren alle ultra begeistert als sie davon erzählt haben in dem also sowas erzählt ja alles nicht David Lynch der sagt in Making Ofs nichts das erzählen immer die anderen also auch diese ganzen Sachen hat halt der Regieassistent erzählt wie er versucht hat mit dem zu arbeiten ja der unser Lieblingsvogel kommt nochmal vor das hat mich natürlich sehr gefreut weil das ja meine Lieblingsszene ganz fünfwegs ist wenn er stirbt ja genau oh und das fand ich sehr cool da wurde ja eigentlich immer noch ein bisschen was aufgeklärt weil er ja immer gefragt wurde warum Jack zusammengeschlagen wurde von Leo und beide sagen irgendwie sie können sich nicht mehr erinnern weil es gar nicht Leo war sondern Liebl genau das fand ich auch ganz cool das war das einzige was man nicht wusste was aufgeklärt wurde in diesem Vorfilm ja das war aber ja ich fand das alles eigentlich ganz in Ordnung außer dass wie Leland die beiden Mädchen dann rausführt und man sieht ganz ganz schlecht die Taschenlampe die denen ins Gesicht geschieden wird das war bei Mike dann auch nochmal cool ja das war so und das habe ich nicht verstanden warum Mike da überall ist ja ich glaube der wollte hat versucht das zu verhindern ja natürlich aber der sitzt neben dem Waggon alles und auch am Leben und sagt lass mich rein und dann macht Ronette die Tür auf fällt runter und dann macht Leland die Tür wieder zu und dann haut Mike ab ja vor allem dachte ich auch erst okay jetzt hat er dadurch Ronette gerettet aber hat er ja anscheinend nicht weil Leland kommt ja danach raus und sieht sie und lässt sie einfach links liegen also hätte er sie wahrscheinlich auch da links liegen lassen I don't know aber ich fand dann also spätestens ab dem Eisenbahnwagon da fand ich das echt schlimm also ich weiß auch noch beim ersten Mal gucken fand ich es auch einfach nur anstrengend ja doof aber diesmal wenn man es halt so guckt mit diesem echten Missbrauchsaspekt ist diese Szene finde ich sehr eigentlich fast nicht zu ertragen und darum habe ich mich tatsächlich ganz am Ende sehr über diesen Engel gefreut echt weil das so ich meine der stand ja so für Erlösung und so und war so das das einzige am Ende was irgendwie noch für Laura das einzige irgendwie Hoffnung oder was weiß ich was irgendwie noch gut war am Ende nach dieser ganzen Scheiße ja nee ich fand den Engel scheiße ja fand ich am Anfang auch ich meine ich kann ja also ich kann schon verstehen dass du sagst das ist für sie halt dass es jetzt gut ist und der Engel nimmt sie jetzt quasi mit und alles böse wird hinter ihr gelassen aber wieso denn fucking Engel ja dass das irgendwie jetzt dass ein Engel ja Verbindung zu so religiös und so ist das finde ich auch irgendwie blöd weil Religion hat irgendwie für mich nichts mit Twin Peaks zu tun nee aber ich glaube also es sollte eher war eher so das Erlösung sollte es eher bedeuten aber ja also ich habe äh am Anfang von dem Tag also der letzte Tag von Laura Palmer fängt ja damit an dass sie aufsteht und dann verlässt der Engel das Bild ja und da habe ich so gedacht ihr Schutzengel hat jetzt aufgegeben hat das Handtuch hingeschmissen aber gesagt fick dich also auf dich kann ich nicht aufpassen es würde ja auch Sinn machen weil Ronette hat ja auch einen gesehen und wurde dann verschont sozusagen genau und sie hat in dem Moment aber keinen gesehen und hat den erst am Ende gesehen wo sie schon in einer Hütte war ja ähm sehr gut fand ich aber auch noch die Musik alter fand ich richtig gut bei diesem äh Ende wenn Laura stirbt das war ja so ein Chor richtig das war sowieso Klassik Chor eigentlich voll unpassend sozusagen aber fand ich da sehr gut ich fand auch danach diese ganzen die kam ja noch mal so eine Red Room Szene wo so komisch Leland schwebt das war so richtig weird alter wieso hatte Leland denn auch am Ende schwarze Lippen und das diese schwarzen Lippen Szenen verstehe ich überhaupt nicht weiß ich auch nicht aber dann kommt ja diese Mais Szene und also alles da verstehe ich auch nicht er schmeißt ja irgendwie das Blut aus ihm raus da ne holt das so aus ihm raus und schmeißt es auf den Boden ne ja aber was ich da jetzt wenigstens auch durch Wiki lesen und so ein bisschen verstanden habe ist er sagt dann ja irgendwie Gamon Zobia oder sowas ein erfundenes Wort und dann steht in Klammern Pain and Sorrow genau er sagt der Zwerg oder so sagt glaube ich I want my Gamon Zobia und dann sieht man wie irgendjemand Mais ist ja und das dieses Mais soll anscheinend dieses Gamon Zobia sein und das ist der Grund warum die überhaupt Leute umbringen und zwar so schlimm wie möglich und mit ganz viel Angst ist dass die sich irgendwie diese Spirits von Angst ernähren ja und das hat Bob da halt gemacht und hat dadurch durch diese Angst kriegt er Gamon Zobia ja oder auch Mais und hat das dann da abgegeben ja ich weiß das ergibt keinen Sinn aber so steht das im Filmpix-Wiki alles klar wenn man diese Szene mit diesem Wissen nochmal guckt versteht man sie zumindest auch so halb aber warum Lilin so komisch da schwebt verstehe ich zum Beispiel auch trotzdem nicht ja und dann ist der Film zu Ende es war auch lustig ich wusste die ganze Zeit nicht ob du den Film ultra scheiße findest oder ob du irgendwie so geschockt bist davon weil du die ganze Zeit nicht geredet hast ja weil ich da nichts zu sagen konnte ja es ist auch ich hab ja auch ich hab auch nichts gesagt aber mir lag es eher daran dass ich zu verstört war ja für mich lag es einfach daran dass ich es scheiße fand und ich wusste dass ich hinterher noch eine Stunde drüber reden muss und ich konnte nicht aufbringen während des Films auch drüber zu reden außer ab und zu what the fuck ja also ich hoffe für alle die diesen Film auch hassen konnte ich wenigstens ein bisschen versuchen zu erklären warum der auch gut sein kann ja aber wie gesagt ich verstehe auch wenn man den scheiße fand weil ich ihn ja auch selber scheiße fand ich empfehle dafür nochmal mein ich verlinke auch nochmal in der Beschreibung das Review Tower Video wo wir über den Film reden ja wir können ihn vielleicht auch nochmal zusammen gucken wie beide meine ich jetzt ja machen wir das ist lustig vor allem ich hab da schon mal reingeskippt und wir reden da auch über Twin Peaks und ich labere da komplette Scheiße ich erzähle da Sachen weil das anscheinend schon länger her ist die einfach nicht stimmen nice das ist einfach sehr lustig aber da sind keine Spoiler oder so ne obwohl vielleicht soll ich mir das ne ne da hatte ich ja die dritte Staffel noch gar nicht gesehen da siehst du okay können keine Spoiler zur dritten Staffel sein gut ähm ja was was braucht man eigentlich auch nichts mehr sagen ich guck nochmal hier in mein Dokument ob ich noch irgendeinen tollen Trivia Fakt vergessen hab bla 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 oh äh bla 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 die haben versucht nachdem der Film so scheiße war wollten die noch eine Spin-Off-Serie drehen in der es nur um Audrey geht eine Audrey-Serie äh aber als sie den geschrieben haben ist das dann irgendwie was anderes geworden und zwar der Film Mulholland Drive von David Lynch mhm es sollte in der Serie nämlich um Audrey gehen die nach Hollywood geht oh und Schauspielerin werden will aber irgendwie ist das dann so beim Schreiben einfach was anderes gewesen und hatte nichts mehr mit Twin Peaks zu tun und dann ist es der Film Mulholland Drive gewesen was äh David Lynch äh erfolgreichster und und krassester Film der wird immer in ganz vielen Listen irgendwie auf den oberen Rängen der besten Filme aller Zeiten oder sowas äh echt? ja gehandelt das ist der Film den ich ja das ist der Film den ich mit Johannesbrot geguckt hab bevor ich Twin Peaks geguckt hab und wir den ultra scheiße fanden weil wir halt David Lynch noch nicht kannten und ich glaube wenn ich den jetzt nochmal sehen würde würde ich ihn mögen ich würde ihn unbedingt nochmal gucken ja ja und wie gesagt die dritte Staffel kommt jetzt ja als nächstes die wird richtig geil äh ja ich freue mich drauf ja ich höre es ich meine ich bin jetzt auch einfach scheißen müde aber äh äh kann ja nur besser werden ja also wie gesagt die ist war sehr lange bei Letterboxd auf Platz 1 von allen also vor allen Filmen die es gibt und allen Serien äh nur diese dritte Staffel und ähm sie ist auch einfach sehr gut ich würde ja versuchen dich auf diese Staffel vorzubereiten aber ich glaube ich kann nicht sagen was einen auf diese Staffel vorbereiten kann ne ich freue mich einfach sie ist nicht wie die ersten beiden Staffeln sie ist nicht wie der Film sie ist was anderes sie ist aber trotzdem noch Twin Peaks aber sie ist es ach ja ich kann eh nichts sagen um einen das ist einfach unwirklich jemanden darauf vorzubereiten ja gut ich bin gespannt ich freue mich aber sie ist auch Kunst ach aber nicht so Kunst wie dieser Film ja der Film war keine Kunst ey Leute wenn Leute das hier gehört haben und ihr den Film gut fanden dann schreibt das mal bitte in die Kommentare hey Leute wenn ihr findet dass der Film auch total scheiße war schreibt das bitte in die Kommentare ja bin gespannt ey übrigens die Locklady kam einmal ganz kurz vor hey ja super und weißt du was nicht vorkam ne äh die Eulen sind nicht das was sie scheinen tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020